herzlich willkommen zurück das hier wieder mit am start seid jetzt in einer weiteren ausgabe der gothic 1 definitive edition wir sind auf dem weg ins sumpflager aber ich habe in der letzten folge beschlossen oder am ende zu folge beschlossen dass wir mal einen kleinen abstecher hier hin machen und ich mir mal angucken will was es hier so gibt beziehungsweise wo wir so hinkommen wir haben hier vorne warane der weg führt ins sumpflager runter offensichtlich direkt an die stelle wo ich sowieso hin muss ich muss nämlich mit balor sprechen um die informationen über cipher zu bekommen es wurde auch geschrieben von firelord bali citrus kraut geht an cipher an fisk oder andere händler aber cipher zahlt am besten heißt das ich hätte auch noch ein dialog mit fisk gehabt der irgendwie sowas sagt wie ja ich nehme dir eine große menge krautab oder so guck mal vielleicht schaffe ich einen waran das ist machbar so ein paar äpfel kann ich schon mal essen ich weiß gar nicht diesen apfel bonus also der stärke bonus wenn man äpfel hilft ich kann schon nicht mehr reden aber ich will es halt über den weg machen wie mir ist der modder erzählt hat wie es gehen soll nämlich über baduro die informationen über cipher abholen und dann ja fett das erz kassieren so will ich es machen tja wir kommen direkt ins sumpflager runter ist interessant was haben wir denn hier ein versteck vielleicht einen degen und einen charme zauber was ist denn ein charme zauber mana kosten zehn vielleicht um jemandem bilde zu stimmen oder so geil alter ein degen mega also für eine startwaffe extrem gut man benötigt nur 15 geschickt die man eigentlich schon relativ zu beginn schon haben kann fast das ding macht 25 schaden oha muss ich mir merken wenn ich jeweils noch mal die definitivitischen spielen sollte und ich gehe immer davon aus dass ich das machen werde irgendwann mal so in zwei drei jahren wenn es eine neuere version gibt oder so dann muss man sich das mal merken hier an der stelle ein degen der 25 damage macht mit nur 15 geschickt und einer guten reichweite nicht schlecht so jetzt reden wir mal mit balor da bin ich wieder ich soll die nächste ladung abholen na klar und sie wieder ans neue lager verhökern ich will 50 ärzt sehen mein üblicher vorschuss 50 sind fair hier nimm sei vorsichtig und lass dich nicht übers ohr hauen ok wer ist der abnehmer im neuen lager ich verrate den namen und du bist mit dem kraut über alle berge so läuft das nicht ich will 50 ärzt vorschuss sehen dann sehen wir weiter 50 sind fair hier nimm gut hör zu sein name ist cypher du findest ihn meistens in der kneipe auf dem see sei vorsichtig und lass dich nicht übers ohr hauen na gut ok dann habe ich jetzt die gewünschte information ich habe zwar auch 100 erz verloren aber ich habe jetzt auch nicht nur 50 stängel sumpf kraut ich habe jetzt auch 50 pflanzen sumpf kraut dachte ich zumindest gerade ach hier das ist jetzt nämlich die große frage nimmt er jetzt nur die pflanzen die unverarbeiteten pflanzen und macht er selber stängel draus oder nimmt er auch komplett fertige stängel das wäre die nächste frage mhm aber gut gehen wir erstmal zu thion und geben dem mal diesen krassen stängel tja und mit barcada ich könnte die sache lösen wenn ich im neuen lager halt diesen mana ring kaufe der mir mein mana erhöht kurzfristig aber ich würde das schon auch ganz gerne machen wisst du zum nächsten level abschaffe ich es jetzt bestimmt hier nicht mehr innerhalb des lagers deshalb oder kann ich das vielleicht auch machen wenn ich noch schatten bin ne das glaube ich nicht oder unwahrscheinlich dass das gehen würde wenn ich schatten bin dass ich gerade da nochmal beeindrucken kann dafür muss ich schon unabhängig sein quasi das ist ein bescheidenes geschenk von deinem schüler hm 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 Zufressen musste. Schläft der Alte hier? Okay, ich glaube, der bleibt da jetzt erstmal liegen. Irgendwelche namhaften Novizen hier? Anscheinend nicht. Ah, ich hätte mir im neuen Lager diesen Mana reinkaufen sollen. Hätte ich das jetzt machen können, ich Idiot. Jep. Er hat vom Finale erzählt. Er hat das Ende vorhergesehen. Eine breite Treppe. Wir wissen alle, welche breite Treppe gemeint ist im Schläfertempel. Und ein Schwert. Damit hat er Urizier gemeint. Wenn er jetzt noch strahlende Rüstung gesagt hätte, wäre es vielleicht ein bisschen zu obviös gewesen. Können wir nochmal zu Darion gehen? Mal gucken, ob der irgendwas... Wobei Erz hatte der glaube ich nicht mehr, oder? Ich hab dem alles schon abgedommen, oder? Na, ich denke schon. So, ich geh jetzt nochmal kurz hier zu Kalom. Rein theoretisch müsste der mich doch jetzt aufnehmen können. Jetzt hab ich genug Bals von mir überzeugt. Und ich bin mindestens Stufe 5. Was willst du? Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Bahl-Urun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Bahl-Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Bahl-Thyon hatte dank mir eine Vision. Und? Bahl-Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Bals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Lass mich mal durch. Ja, schon nicht schlecht. Ja gut, aber wir schließen uns natürlich nicht dem Sumpflager an, sondern dem alten Lager. Und ja, das ist auf eure Mist gewachsen. So. Jetzt müssen wir eigentlich wieder den ganzen Weg zurück ins neue Lager gehen, um dort mit Cypher weiterzumachen und in die freie Mine zu kommen, mit Baloro zu quatschen, mit O'Kill zu quatschen, etc. Ich gucke aber nochmal kurz das Lock. Genau, die Hela-Sache muss ich noch machen. Kuria. Könnte ich auch nochmal machen, noch. Brauche ich aber, glaube ich, ne Rüstung für. Ähm. Au, au, wir müssen mit Baden-Namib sprechen. Genau, wegen dem geheimen Labor. Richtig. Der hat mich ja damit beauftragt. Das müssen wir auf jeden Fall... Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Definitely. Ach, ich hab nichts mehr zu trinken, ihr Mist. Das ist schlecht. Ich sauge jede einzelne Sekunde an Atmosphäre in diesem Lager in mir auf. Herrlich. Wegen der Krautherstellung im neuen Lager. Hast du das Nest der Ratten gefunden, mein Freund? Ich habe das Labor gefunden. Es ist in der Nähe des neuen Lagers am See. Hinter einigen Sträuchern liegt eine Höhle. Dort ist es. Das hat dich einen großen Schritt zur Erleuchtung gebracht. Was die Ungläubigen betrifft, sie werden den Zorn des Schläfers zu spüren bekommen. Tja, sie haben den Zorn schon zu spüren bekommen, nämlich von... Mwah. So. Ja, wir haben auch eine weitere Erkenntnis gesammelt. Nämlich die Erkenntnis, dass wir es mit Waranen aufnehmen können. Das ist gut. Das heißt, die Warane, die jetzt hier auf dem Weg sind, die sind also keine Gefahr mehr. Und die werde ich mitnehmen. Moritz ist da drüben, die lasse ich mal noch. Denn wenn ich diesen Perk mit dem Fleisch ziehen lernen sollte, was ich denke ich mal schon werde, glaube ich, dann werde ich die erst dann töten. Andererseits... Ah, komm, ich brauche die Erfahrungspoints. Damit ich diesem Level ab schneller näher kommen kann. Zumindest die Blutfliegen soll ich töten. Vielleicht nicht die Scavenger, vielleicht nicht die Mallrats, aber Warane. Blutfliegen. So ein Vorzug, eben. Das hat mich ein bisschen Lebensenergie gekostet. Aber was soll's. Oh, ich muss genau aufpassen, was ich jetzt hier esse. Nicht, dass ich das Zeug... Oh, geil. Eine Drachenwurzel quasi, haben wir gefunden. Nicht, dass ich das Zeug hier für Baloro esse. Da muss ich echt vorsichtig sein. Sehr gut, Heilkräuter brauche ich. Hier haben wir wirklich nur eine kleine Höhle ohne irgendwas. Schade. Ich hätte mal wenigstens noch irgendwie ein Skelett mit einem Heiltrank rein platzieren können oder so. Einerseits muss aber jetzt auch nicht in wirklich jeder Höhle irgendwas wertvolles drin sein. Ja, ich verstehe das schon. So. Ich muss mir die Viecher einzeln vornehmen. Das ist ein witziger Bug. Das die Warane nach vorne springen, wenn sie getroffen werden. Das ist schon ziemlich von Nachteil für sie. Ich darf nicht seitlich laufen. Das ist Gift. Da sind wir. Schön weit weg von deinem Ex- Jetzt hat mich der Felsen gerettet. Okay, ich glaube ohne den Felsen wäre ich jetzt draufgegangen. Der hätte mich schön von der Seite attackiert, der Bruder. So, dann ziehe ich mir erst mal die ganzen Pilze hier rein. Hm. Jetzt wird es mit Heilmitteln schon dünn. Und ich wette auch mit euch, dass ich irgendwann von diesem Blutbuch und Samen brauche ich welche, um eine Quest zu erfüllen. Ich bin mir felsenfest sicher. Ah. 1700 noch. Das ist eine Weile. Bis zum nächsten Level ab. Warte mal, ich kann so schneller mich vorbewegen, wenn ich so, wenn ich den hier mache. Darf so ein Geisteskranker durch die Kolonie mit so einem Streit kommen? Komm her. Oh Gott. Hm. Jetzt wird es problematisch. Alles schon klar. Sehr gut. Ja, ich glaube, das war ganz okay. Hier haben wir eine Pfeife. Ich glaube, wenn ich mal so ein alter Knacker irgendwann werden sollte, wenn ich so 60, 70 werden sollte, wenn ich Glück habe. Oh, da ist ein Portal. Da ist so ein Fokusplatzportal. Der ist aktiviert. Ich versuche mich mal in diesen Goblins da. Ne, auf keinen Fall, Alter. Die schaffe ich nie und nimmer. Und einzeln Locken ist da einfach nicht wirklich möglich. Aber interessant. Da war so ein Teleportplatz. Wer weiß, wo der mich hinführt. Sehr schön. Die Natur nähert mich. Ja, es ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass ich die Sache mit Balcar da jetzt nicht noch gleich mit erledigen konnte. Aber ich will es unbedingt mit erledigen. Das heißt, ich werde die Aufnahme ins alte Lager. Ich werde das so lange ziehen, wie ich irgendwie kann, um vorher alle anderen Quests, die ich jetzt noch offen habe, zu erledigen. Weil sobald ich dem alten Lager angehöre, werde ich diese Nebenquest-Teile nicht mehr lösen können. Also würde ich jetzt mal sehr schwer tippen. Muss ich jetzt eigentlich noch mal ins alte Lager? Muss ich da jetzt noch mal irgendwie was machen? Ach ja. Wenn ich jetzt noch mal hier bin, dann versuche ich jetzt noch mal mit Fisk die Sache mit dem Erz, äh, mit den Stängeln von Bali-Sidro anzusprechen. Also wenn das geht, wäre das cool. Wenn man mehr Möglichkeiten hat, als das Zeug, um halt im neuen Lager loszuwerden, wäre das schon witzig. Vielleicht ist ja jetzt auch Fox mein Ansprechpartner. Der hatte ja in der zweiten Folge nicht viel zu sagen gehabt. Und seitdem hatte ich jetzt keine Quest für ihn. Oder mit ihm. Hey du. Zeig mir deine Ware. Ja gut, da hat Lord Firelord leider ein bisschen Quatsch geschrieben. Hey du. Mach, dass du verschwindest. Lass mich vor... Der Typ hat immer noch nichts zu melden. Ja, schade. Äh, Lord Firelord, bitte... Ähm, beschreib sowas nur, wenn du dir absolut sicher bist. Aber wobei, es kann ja sein, dass in Vorgänger-Versionen, dass das tatsächlich möglich war. Das wäre natürlich auch möglich. Und nur, dass es jetzt nicht mehr möglich ist. Das kann natürlich auch sein. Das ist, äh, auch possible. Na gut. Aber... Dann kann ich jetzt zumindest gewiss sein, dass das jetzt hier nicht möglich ist. Hey du. Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit zehn Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Da gab's ein paar Dialoge nicht zu hören. Schade, schade Schokolade. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt einmal hier bin... Der Typ sieht mich. Schönen Tag noch. Jetzt probiere ich jetzt nochmal. Ich werde da drin bestimmt die Kiste plündern können. Wie viel Dietrich habe ich eigentlich? Neun, okay. Abgebrochen. Aber war alles für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Aber ich habe gar nichts dazu. Ich bin gekommen, dass ich da... Abgebrochen. Abgebrochen. Hey Mann, es gibt eine 50-50 Chance und ich treffe immer... Oder fast immer die Falsche. Immerhin haben wir hier einen Bogen, Bier und Wein. So, sehr schön. Haben wir die Bude gleich mitgenommen. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, auf ins neue Lager. Ich überlege, ob ich kurz eine andere Route gehe. Beziehungsweise wollte ich nochmal kurz mit Redford und Drax sprechen. Weil ich ja der Meinung war, dass einer von den beiden der neue Hähler von Fisk werden könnte. Das sollte ich jetzt nochmal machen. Weil ich kann mich gerade auf Anhieb nicht erinnern, dass ich das schon mal versucht hätte. Und dann können wir gleich mal die Höhle hier nördlich des alten Lagers nochmal untersuchen. Vielleicht finden wir Informationen über diese Lieferung. Ein Hinweis oder so. Bisschen Detektivarbeit in der heutigen Folge hier. Okay, die beiden sind doch nicht meine Ansprechpartner für die neuen Hähler für Fisk. Gut, wenn das so ist, dann ist das so. So, ich versuche die Scavenger zu umgehen, weil das noch potenzielle Fleischlieferanten sein könnten für später. Daher. Ich glaube aber in dieser Höhle hier sind Wölfe. Ja. Ein Wolf kann ich schaffen. Zwei wird schwierig. So, guck mal her. Guck mal her. Okay. Ich habe der Anfang war aber auch schlecht von mir, muss ich sagen. Mist, und jetzt habe ich keinen Zauber dabei, den ich für die Sachen nutzen könnte. Ach, dieses seitlich laufen, das nervt so krass. Ja, wenn beide kommen, ist einfach schlechte Karten. Kann ich da mal machen, war furchtbar schlecht von mir. Bin wieder nicht richtig ausgewiesen, gar nicht ausgewiesen. Hey, deine... Oder warte mal, vielleicht... Ja, vielleicht habe ich hier eine Chance, weil die einen Wegfindungsstörungen haben vielleicht. Ja. Oh. Gegen zwei Wölfe zu kämpfen ist so hart. Also gegen einen wäre schon schwierig, aber zwei sind einfach crazy. Ja, fuck off. Ey, das kann ich vergessen. Also ich probiere es jetzt noch einmal und dann lasse ich es bleiben. Alter. Kommt schon noch ein Crit? Ja, ja, okay, nice, nice, nice. Yes. Nein. Speicher nicht laden. Oh Gott. Alter. Da dachte ich jetzt kurz, jetzt mache ich es mir selber kaputt. Okay. Da hatte ich jetzt aber super viel Glück gehabt, dass der andere Wolf das so spät gerafft hat. Okay, aber ein bisschen Glück gehört ja auch manchmal dazu. Glück gehört auch manchmal dazu. So, irgendwie höre ich keine Essensgeräusche mehr. Warum ist das so? Effekte müssten eigentlich an sein. Mega. So, gespeichert ist. Gespeichert nochmal. Wer weiß, was hier noch drin lauert auf mich? Toter Novize. Statue. Amulett gehört laut Gravur einem Salm. Okay, Salm ist tot. Wir haben mal einen Feuerball. Einen Lederbeutel. Was kann dieses Amulett denn? Schutz vor Waffen. Fünf, das nehme ich gerne. Jetzt bin ich Salm. Brief an Salm. Na, den haben wir ja gelesen, ne? Salm, wenn du uns das nächste Mal das Kraut von der Sekte bringst, dann komm direkt zu unserem Lager in den nördlichen Bergen. Die kleine Höhle im Wald nördlich des alten Lagers ist nicht mehr sicher. Ja, stimmt. Und dieser Salm sollte direkt zum Quentin kommen und sich nicht hierher begeben. Tja. Das war sein Schicksal. Aber gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins neue Lager. Die Salm mit Quentin. Ja, das können wir dann nochmal angehen, sobald wir Schatten sind, weil... Ich glaube, ich brauche dafür so oder so eine bessere Rüstung. Dieses Vieh hat ganz schön viel ausgelt. Kurzschwert. Oh Mann, man hätte hier schon zu Beginn direkt ein Kurzschwert finden können. Ist das bitterer. Das war jetzt natürlich lächerlich schwach. Aber für den Start wäre das eine super Waffe gewesen. Aber gut, wir hatten immerhin ja so ein Schwert gehabt. Also, das war schon okay. So, da oben ist ein Lagerfeuer. Gucken, was wir da finden. Aber nicht sehr versteckt, dieses Lager hier. Angst. Ein paar Pfeile. Eine verwitterte Axt. Und ein Ork-Hund-Fell. Tja. Hätten nicht hier so offensichtlich ihr Lager machen sollen. Sondern vielleicht in einer Höhle versteckt. Die Scavenger versuche ich in Ruhe zu lassen. Die Mallrats nehme ich mit. Aber auch nur, weil die Mallrats mir jetzt den Weg versperrt haben. Oh, Blutfliegen und das nicht zu wenige. Zwei sind machbar. Drei. Ui. Drei wären üble. Ah, jetzt habe ich Sound gehört. Okay. Boah, vielleicht kann ich mich hinter dem Baumstamm ein bisschen verstecken. Die da ist Deckung nehmen. Vier, Alter. Jetzt schlicht. Okay, zwei von vier down. Das war sehr glücklich jetzt. Regeneriert vollständig. Okay, krass. Den sollte ich mir für das Late-Game aufheben. Nice. Okay. Damit fehlen nur noch weniger als 900 Erfahrungspunkte fürs Level-Up. Das lief gut. Das könnten wir im neuen Lager jetzt sogar schaffen. Wenn wir O-Kills Bogen abgeben. Wenn wir die Sachen mit Bali-Sidro klären. Wenn wir mit Marvin sprechen. Mit Baloro. Das könnten wir jetzt schon schaffen. Ich sehe da ein gutes Potenzial dabei. Tja, wenn ich die vier Blutfliegen da geschafft habe, könnte ich doch vielleicht mit ein bisschen Glück auch die drei dort schaffen, oder? Hm. Die können ja wahrscheinlich easy übers Wasser fliegen. Probieren wir's. Probieren wir's. Das ging sogar relativ gut. Ja. Auch wenn die alle einzeln kommen, ist es optimal. Nice. Das lief schon fast besser als gedacht. Okay, ich heile mich jetzt aber nicht. Weil ich... Oh, fuck. Weil ich mir einfach mich in meine Kutze lege. Okay, ich kann hier leider nicht an Land gehen. Warum auch immer. Und jetzt schwimme ich gegen den Strom. Nein. Oh, wenn ich so dran backe, geht es schneller. Okay. Ah, hier darf ich wieder. Nice. Okay, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir haben in dieser Folge wichtige Erkenntnisse gesammelt. Gute Erfahrungspunkte einkassiert. Und... Ja. Werden dann in der nächsten Folge all diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, erledigen. Werden mit Valoro sprechen, mit Oakiel in der freien Mine. Marvin werden wir aufsuchen. Äh, Cypher werden wir aufsuchen. Wobei, das mit Cypher, wenn er gerade in der Hafen knallt ist, können wir das vielleicht sogar jetzt schon machen. Ach nein, hier ist ja gar kein Weg mehr. Strafkommission hier online war hier immer ein Weg gewesen. Glaube ich jedenfalls. So, Kipfer. Hey du. Ah, was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Valor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Du willst also handeln? Möglichst. Lass uns handeln. Was willst du haben? Der hat nur 100 Erz, Alter. Das ist... Der hat nur 100 Erz. Das nützt mir nix. Das hätte ich dir wollen. Hier verkauf ich ihm doch lieber das Zeug. Das bringt weniger Mana. Den Traumruf behalte ich mal. Ich geb dir mal lieber den schwarzen Weisen. Wer erzählt denn sowas? Hm. Das wundert mich. Ich glaube kaum, dass ich da was erzählt. Ich höre nicht, ob das gefahren ist. Doch keiner wissen. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch... Valor sagt... Also irgendwie hat das mit E-Citro jetzt hier noch keinen wirklichen Input gehabt. Fisk aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem Handelspartner. Kein Interesse. Aber Sharky könnte sich dafür interessieren. Wenn du ihn findest... Trag ihn. Okay. Es ist schon mal leid, Bali-Citro. Ich konnte die Sache nicht lösen. Ich hab das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut. Jetzt kann mich Baal Kagan mal. War ne gute Idee, mir die Geschäfte zu machen. Ich hab davon nur Miese gemacht jetzt. Das Einzige, was positiv an der Sache war jetzt die Tatsache, dass ich Erfahrungspunkte bekommen habe und einen Questabschluss. Aber irgendwie war das mit dem Erz jetzt hier irgendwie schlecht. Also ich hab erzmäßig fett Minus gemacht. Weil ich das Kraut hab ich nicht losbekommen. Und ich hab nur... Also wenn man jetzt nur diese Quests sich rechnerisch ansieht, hab ich jetzt nur 100 Erz durch die Sache für Baal Kagan gemacht. Diese Geschenke verteilt, hab ich 100 Erz bekommen. Und jetzt nochmal 100 Erz durch Cypher. Und diese 200 Erz, die ich dadurch bekommen habe, hab ich jetzt direkt wieder abgegeben. Also weiß ich nicht. Muss man vielleicht besser lösen. Aber gut. Ich danke bis hierhin fürs Zusehen. Bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn's wieder heißt. Gothic 1 Definitive Edition. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund. Lasst gerne ein Abo da und folgt mir auf Twitch. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.